Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 28 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 650 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017